herzlich willkommen zu einer neuen folge des game based podcast und einer neuen folge ja der brudelei hallo ihr beiden hallo steffen ja ich bin dean nick ist auch noch am start hallo genau und wir sind heute zu dritt und haben eine premiere in dem sinne dass wir gemeinsam also der game based podcast der computerspielschule und die brudelei deine brudelei steffen wollen wir uns heute gemeinsam über das gaming phänomen fifa unterhalten und ja zunächst einmal kurz vielleicht zu den podcasts weil wir uns auch vielleicht gegen also wir kennen uns gegenseitig aber vielleicht unsere hörer nicht steffen max uns ein bisschen was zur brudelei erzählen ja klar super gerne also die brudelei ist ein fußball podcast mit hauptaugenmerk auf den vfp stuttgart gibt es mittlerweile bald 30 folgen grundsätzlich ist das eigentlich wöchentlich zweifelig gedacht aber das leben kommt auch dazwischen und dann klappt eben doch öfter mal nicht genau brudelei gibt es jetzt seit zwei jahren und spreche da eben über alles was mich vor allem beim vfb beschäftigt aber es sind auch oft mal themen die so ein bisschen ins größere gehen zuletzt hatte ich eine ganz tolle folge mit ihren kleinschmidt vom fc play fährt zum thema nachhaltigkeit im profifußball da also auch gerne mal reinhören wenn du wenn ihr wollt ja genauso viel mal zur brudelei vielleicht noch ganz kurz zu mir mein name steffen und macht das jetzt mit dem podcast mittlerweile seit einigen jahren bin auch schon vor einigen jahren in mehreren gaming und kino podcast gewesen als beziehungsweise unter dem synonym der lichtspieler vielleicht kennt man meine stimme auch daher schon und wir haben jetzt mittlerweile wie alt 36 ende 30 sagt man großer fußball fan natürlich sonst würde ich die brude allein nicht machen und ja freue mich jetzt schon mal auf unser gespräch zu einem der wahrscheinlich der spiele mit dem höchsten aggressionspotenzial überhaupt stimmt da ist jetzt schon was vorweg genommen bekommen wir nachher glaube ich darauf zu sprechen ja vielleicht zunächst auch zu uns vielleicht für deine hörer auch und hörerinnen wir sind der game based podcast sind an der computerspielschule angesiedelt normalerweise hört ja oft auch mein kollegen nino der macht eigentlich die meisten folgen nur in dem fall steffen wir kennen uns ja auch schon privat eine weile und haben eigentlich leider bisher genau hat schon länger irgendwo auf dem schirm dass wir mal zusammenarbeiten wollen mit dem podcast und haben auch überlegt was für ein thema würde sich anbieten wir mit game base beschäftigen uns ja wie der name sagt mit games insbesondere in der bildung und in der jugendarbeit hatten da auch unterschiedliche folgen zum thema serious games war glaube ich die erste folge die wir hatten dann ging es um geschlechterdarstellung games hatten wir eine super coole folge mit gunnar lott wo es um die geschichte der computerspielschule ging nicht der computerspielschule die geschichte der computerspiele ja genau so historisch ja mit gunnar lott vom stay forever podcast dann haben wir einmal auch cold mirror dabei gehabt ja wir sind jetzt auch sehr froh dich jetzt dabei zu haben und genau die letzte folge auch noch sehr spannend mit der usk also mit der geschäftsführerin der usk und ja bei uns geht es wirklich um themen rund um medienpädagogik bildung und eben gaming und was uns eben schon lange irgendwie beschäftigt und ist das thema fifa weil wir haben auch im haus immer jeden freitag ein ganz offenes programm wo kinder und jugendliche vorbeikommen können gemeinsam spielen können und natürlich wollen wir denen einfach die bunte welt der spiele zeigen und auch verschiedene spiele näher bringen trotzdem wollen haufenweise kids ständig natürlich immer fifa spielen was sie auch zu hause und privat machen und was zunächst erstmal nicht schlimm ist aber wo wir gemerkt haben ja wie gesagt wir wollen denen auch ein bisschen andere spiele zeigen und für mich persönlich also wie gesagt ich selber bin alles andere als ein fußballprofi ich kenne mich beim thema fußball ja nicht wirklich aus habe auch selber alles andere gespielt aber fifa tatsächlich sehr wenig und deswegen ist heute auch nick mit dabei nick ist mitarbeiter bei uns genau ich bin praktikant momentan noch am smz und an der computerspielschule und habe eine große leidenschaft fürs gaming und in meiner jugend habe ich eben doch schon eine menge fifa gespielt ja also praktikant du verkaufst dich ein bisschen unter wert also wirst uns auch als mitarbeiter zu glück nach deinem praktikum auch erhalten bleiben und hast bei uns auch auf dem youtube kanal schon die game checker videos gemacht und da auch einiges beigetragen also nick schätze ich auch sehr sowohl als kollegen als auch als freund und deswegen glaube ich sind wir da eine coole truppe und natürlich auch du steffen also wie gesagt ich sehe mich hier als der der am wenigsten sich mit der thematik auskennt trotzdem aber sehr interessiert ist und deswegen auch so ein bisschen vielleicht die fragen stellen wird und ihr beide seid dann so ein bisschen die experten für das thema also beide habt ja zum einen fifa gespielt und steffen du seit mit deinem bruderlei podcast steht glaube ich auch so frage dass du dich auch mit dem fußball thema mehr als gut auskennst genau und vielleicht steigen wir auch ein einfach mit dem persönlichen bezug den wir oder ihr auch zum thema fußball habt und speziell auch zu fifa oder zu sportspielen ich weiß nicht steffen wie sieht es bei dir aus also neben deinem podcast wie bist du zu dieser leidenschaft gekommen und was hält dich da so dran ja da kann ich jetzt auch ein bisschen in die historie gehen allgemein der videospiele und zwar wenn ihr darüber gesprochen habt ich weiß nicht wie oft ihr das thema konsolen schon hattet aber meine fifa geschichte fängt tatsächlich irgendwo zu weihnachten weiß ich gar nicht mehr wann das war in den mitte der 90er an ende der 90er als ich mein nintendo 64 bekommen habe von meinen eltern zusammen mit meinem bruder und damals das erste spiel fifa 64 dabei also einer der ersten ableger der fifa serie war noch komplett anders als die fifa spiele die danach kam und so hat es aber angefangen und am anfang war das halt wirklich ja da gab es nicht viele alternativen außer dann natürlich irgendwann den international superstar soccer den man davor auf dem sns der freunde und freundinnen auch schon gesuchtet hat und ja so hat das eigentlich angefangen und dann bin ich aber seit fifa 98 wirklich jedes jahr auf dem pc dabei geblieben also spiele jetzt fifa erschreckenderweise wirklich schon ein viertel jahrhundert mindestens da merken wir wie alt wir sind jetzt ja das ist echt krass und der persönliche bezug also es ist ja ist ja wie so ein dadurch dass das jährlich erscheint ist das ja überhaupt keine überlegung mehr hole ich mir das noch oder hole ich mir das nicht weil du denkst ja oft dieses jahr hole ich mir den mist jetzt aber nicht reicht ja dass ich letztes jahr geld dafür ausgegeben habe und dann kommt der neue teil raus und denkst du so naja wir könnten ja noch ein bisschen warten aber dann ja okay ich höre es mir doch ich höre es mir doch ja und dann hast du es wieder und dann zockst du es halt wieder fängst wieder irgendwie von vorne an mit dem ganzen kram freust dich über die neuen über die neuen kader jetzt ist das natürlich als vfb-fan alles nicht so berühmt und musst dich jedes jahr mit einem noch schwächeren kader rumschlagen aber die sucht die lässt ein halt einfach nicht los und die freude über viele siege über wahrscheinlich 13 oder 14 jährige und man sich dann auch in meinem alter noch mal so kurz ein bisschen erheben kann aber das ist so meine historie also ganz ganz früh angefangen wirklich mit einem der ersten fifas die es überhaupt gab von electronic arts ähm und geht also bis bis heute ich glaube die einzigen teile die ich ausgesessen habe waren irgendwie fifa 17 und 18 oder so also du wirst uns später noch mal genauer erzählen warum du dir wirklich jedes jahr ein neues fifa kaufst das ist für mich tatsächlich auch so ein großes phänomen dass es eine der wenigen spielereien gibt die es schaffen quasi jedes jahr verkaufsrekorde zu brechen obwohl sie eigentlich so mal von außen betrachtet erstmal scheinbar dasselbe spiel immer wieder auf neu auflegen gut ich meine nintendo mit den marit parts und sowas oder selda wird ja auch immer wieder neu aufgelegt aber das entwickelt sich auf eine andere art und weise weiter also ich meine selda breath of the wild unterscheidet sich deutlich jetzt von den alten selda spielen und bei fifa ja also das musst du mir später noch ein bisschen genauer erklären aber ich will es nicht vorweg nehmen und nick wie ist es bei dir was ist dein persönlicher bezug auch zu fußball generell und zu sportspielen also ich du spielst steffen fußball oder fifa so lange wie ich alt bin also ich bin viertel jahrhundert alt und tatsächlich beginnt auch mein bezug zu fußball so als ich keine ahnung fünf sechs jahre alt war damals hat mein papa mich immer zu den spielen des kscs mitgenommen am wochenende ich habe ihn immer am wochenende besucht nur da haben wir uns gesehen und einer meiner größten erinnerungen mit meinem papa zusammen sind wie wir damals auf den rasen durften als der ksc nicht abgestiegen ist in den nuller jahren genau und ansonsten gab es natürlich bei uns im viertel dann auch immer wieder kleine teams die gekickt haben zum beispiel während der wm dann haben wir uns zusammen die spiele angeschaut und danach haben wir selber sind wir selber kicken gegangen und irgendwie auch in diese zeit so 2005 2006 rum fällt meine erste konsole das war der nintendo gamecube und ich weiß nicht mehr wie es passiert ist ob es mir einfach dazu gekauft worden ist oder ob ich es mir gewünscht habe auf jeden fall war da fifa 2005 dabei und ab da ging dann die geschichte los und seitdem habe ich bestimmt zehn titel der spielreihe gezockt also nicht jedes einzelne aber schon jedes zweite ungefähr und seit einigen jahren stagniert das jetzt wieder aber hin und wieder kehr ich auf jeden fall zurück und dann gibt es kleine fifa phase eine kleine nostalgische fifa phase sehr schön ja also der volksständigkeit halber bei mir ist die fifa geschichte recht kurz also ich habe ein paar mal mit leuten auf der couch ein bisschen das ausprobiert und habe mich da mehr oder weniger unbeholfen angestellt zu sportspielen habe ich den bezug dass ich in meiner kindheit sehr gerne speedball 2 gespielt habe falls das manche leute kennen das ist so eine art futuristisches handball mit einer eisen kugel ein bisschen mehr haut drauf das fand ich als kind super faszinierend und es gab noch ein anderes spiel das hieß mats also mean ugly dirty sports kann ja mal googeln ist auch ein super ja inzwischen altes spiel aber hat unglaublich spaß gemacht also für mich braucht es immer so ein bisschen dieses etwas anderes setting weil fußball selbst also ich kann absolut die faszination schon bei einzelnen spiel mal nachvollziehen ich habe auch erstaunlicherweise jetzt bei der letzten wm mehr als ich es wollte mitbekommen ich dachte so ja mir wird es leicht fallen das ging zu boykottieren allerdings war mein schwiegerpapa dann zu besuchen dann lief tatsächlich hin am trotzdem das wm spiel weil der aus serbien da war und da war diese diskussion um katar und so irgendwie überhaupt nicht präsent und habe da von der letzten wm tatsächlich mehr mitgekommen als ich es ursprünglich gedacht hätte und wie gesagt ich kann es grundsätzlich schon verstehen die faszination um fußball habe aber selber auch kaum gespielt und auch in meiner jugend war ich immer der der dann halt ins tor gestellt wurde weil ich groß war und mit den händen tatsächlich besser mit dem ball umgehen konnte als mit den füßen und ja um es jetzt kurz zu halten das ist mein persönlicher bezug zu fußball aber wie gesagt ich bin neugierig und auch da ein bisschen mich eines besseren mehr lernen zu lassen und auch die faszination ein bisschen zu begreifen und daher wäre unser nächster schritt auch ein bisschen die geschichte einzutauchen also fußballspiele fußballsimulationen gibt es auch schon sehr lang und nick du hast ja so ein bisschen dir so einen kleinen überblick verschafft willst du uns da ein bisschen zu erzählen ja sehr gern also natürlich habe ich das meiste davon nicht selbst erlebt da könnt ihr vielleicht dann auch immer mal wieder impulse geben oder mich verbessern fühlt sich da ja wir sind alles wir haben es verstanden genau und letzten endes wenn man in die geschichte der fußball simulation schaut dann kann man auf jeden fall zurückgehen bis in die 70er jahre 1974 kommt ein erstes spiel raus damals noch für die odyssey eine heimkonsole da kann man mit zwei joysticks ein pong mäßiges spiel spielen also man kennt ja diese zwei balken und der ball der in der mitte dann hin und her springt es hat sehr große ähnlichkeiten dazu nur dass halt der hintergrund ein fußball hintergrund ist und dann beginnt in den 80er jahren dann auch so langsam beginnt es so langsam dass man immer realistischer wird und dass die fußballspiele immer realistischer werden generell an der unterscheidung zwischen realistischen fußballsimulationen und eher auf fun und arcade mäßigen fußballspielen kann man eigentlich diese geschichte der fußballspiele sehr gut nachvollziehen und es heißt dann so ungefähr dass das erste realistische fußballspiel international soccer auf der commodore 64 gewesen ist das ist 1983 erschienen genau und insgesamt kann man dann also sehen dass bis in die 90er jahre ist eine ganz große vielfalt von verschiedenen spielen gab und verschiedenen herangehensweisen die sich sehr großteilweise unterscheiden konnten also zum beispiel in der perspektive habe ich die seitenperspektive habe ich tatsächlich so eine illusion einer live übertragung oder bin ich vielleicht dann doch irgendwie schaue ich auf das spielfeld von einem tor zum anderen also vertikal nach oben genau und ganz berühmte titel sind dann auch in der zeit zum beispiel kickoff oder international sensibles soccer und dann eben auch im jahr 93 fifa das dann von ea sports beziehungsweise electronic arts entwickelt worden ist electronic arts ist heute einer der größten publisher und spielehersteller der welt also ist ein global agierender publisher das bedeutet einerseits entwickeln sie dort spiele andererseits verlegen sie sie genau und fifa wird eben von ea sports entwickelt ich glaube damals hieß es noch nicht ea sports sondern das war damals halt noch electronic arts genau da werden wir auch nachher vielleicht noch ein bisschen auf die firmengeschichte eingehen haben wir uns auch ein paar sachen ja genau also damals hieß es elektronik arts 83 gegründet und mit fifa wollten die so ein bisschen auch den sprung auf den europäischen markt machen und das ist ihnen dann wie wir heute wissen auch erfolgreich gelungen genau und fifa war dann zunächst oder was das besondere an fifa war nach zwei jahren konnte ea sich die lizenzen sichern von den von von der fifa und von fif pro der gewerkschaft der der spieler der gewerkschaft der spielerinnen und das ist dann ein ganz entscheidender knackpunkt in der geschichte der fußballspiele wie wir vielleicht später noch mal deutlicher sehen werden denn ab dem moment ab den 90er jahren beziehungsweise im wechsel in zur jahrtausend wende geht das breite angebot auf dem markt der fußballspiele engt sich das immer weiter ein und es kommt letzten endes dazu dass es vor allem zwei große konkurrenten gibt das ist einmal von konami einem japanischen spieleentwickler pro evolution soccer also pass als abkürzung und eben dann fifa von ea und die beiden sind dann die maßgeblichen spieltitel was fußball simulation angeht während der nuller jahre und auch dann während der zehner jahre und zunächst sieht es tatsächlich so aus dass pass da das rennen macht und gameplay technisch deutlich besser ist aber fifa wurde eben auch immer viel gekauft weil man da eben die echten teams und echten spieler vertreten sieht ja steffen was meinst du denn hast du irgendwann auch pass gespielt und was hat dich bei fifa gehalten ja klar also pro evolution soccer war einige zeit lang das spiel der wahl ich hatte ja vorhin auch schon gesagt ich habe dann irgendwann auf international superstar soccer umgeschwenkt und das war quasi die nintendo variante zu pro evolution soccer also es gab iss 64 auf dem nintendo 64 ich hatte ja damals auch noch kein rechner dann gab es iss 98 und dann kam noch nachfolge iss 2000 in dem übrigens ein super cooler rollenspielmodus integriert war in dem man seinen eigenen fußballer kreieren konnte und mit dem zur weltmeisterschaft fahren musste also den wirklich aus der aus der akademie heraus durch so eine art visual novel ding mit mit attributs verbesserung und so in die nationalmannschaft bringen musste fand ich super geil also bester karrieremodus den es ganz ganz lange gab oder wie ich finde also sowas gab es nie wieder ja und zeitgleich zu iss 98 hat konami glaube ich angefangen da möge man mich aber lügen strafen pro evolution soccer auf der playstation zu veröffentlichen zu veröffentlichen die sind dann eine zeit lang so ein bisschen parallel gefahren aber da natürlich die playstation deutlich erfolgreicher war hat man eben dieses pro evolution ding weiter gefahren und ich glaube ab pro evolution soccer 3 war ich dann auch bis teil 6 ganz klarer fan und befürworter der konami reihe weil die einfach das deutlich bessere spiel gemacht haben fifa hat schon sehr auf die schauwerte damals gebaut die hatten von grund aus grund auf immer eine bessere atmosphärische darstellung auch also du hattest nicht nur eine meistens bessere grafik sondern du hattest eben auch klar die originalen namen von den meisten teams und fußballern ja einige einzelne fußballer mal ausgelassen ich glaube oliver kahn oder so der war dann irgendwie dabei weil da so ein extra lizenz ding hatte und das gab es mit glaube ich ein paar fußballern aber die hatten eben auch eine geile darstellung über die kamera fahrten vorm spiel du hattest also richtig was ja filmhaftes eher schon es war mehr als im fernsehen war und bei konami war das schon immer sehr auf den fußball also auf das geschehen auf den platz konzentriert aber das gameplay genau das gameplay war deutlich deutlich besser das ist wirklich das gefühl dass du da einen ball trittst und nicht einfach nur einen digitalen punkt von links nach rechts schiebst genau dementsprechend also so war meine erfahrung mit pro revolution soccer ganz ganz lange da auch noch immer mir die files im internet von irgendwelchen fan communities runtergeladen um dann doch die original namen und trikots und so zu haben das waren stunden an arbeit das war nicht so weiß nicht wie das in den letzten jahren auch bei anderen spielen mal war dass du so eine mod runter lädst und die installiert ihr alles nee da musst du dir jedes team einzeln zusammen suchen und auch jeden fang gesang dazu und da hinkst du echt weiß nicht also da hinkst du viel tage vorm rechner und wenn es dann fertig war war pro revolution zocker habe gesamtpaket das deutlich bessere spiel einfacher war es natürlich schon damals fifa kaufen und da loslegen und dadurch hatte das halt auch den massenmarkt ja also selbst damals als es noch diesen kampf so ein bisschen gab diesen konkurrenzkampf zwischen pro revolution zocker und fifa war es schon immer so dass pro revolution zocker gefühlt selbst auf dem höhepunkt der popularität nur an den ungefähr gleichen marktanteil wie fifa kam es war aber niemals so dass du gesagt dass pro revolution zocker ist jetzt das populäre ding das war so ein bisschen für die hardcore gamer und die richtigen fußball nerds aber der massenmarkt war schon immer auf fifa getrennt weil da hattest du natürlich auch dann die großen fußballer immer vorne auf dem cover und ich habe ja damals bei gamestop gearbeitet also weiß nicht ob man das heute noch kennt aber das war damals spiele einzelhandel und er hatte damals igames hieß das am anfang noch da musste man noch krawatte tragen zum spiele spiele verkaufen und wenn da die die mutis reinkamen und so die haben immer fifa geholt ja da hast du im mundfusselig geredet und zu sagen hier nehmen lieber pro revolution zocker ist viel geileres spiel das viel mehr tiefe drin und du kannst viel mehr spaß haben nee komm die kumpels von meinem sohn haben auch alle fifa ich hole dem auch fifa und ja so 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 war das dann damals und so war meine erfahrung dann auch im pro revolution zocker das ist tatsächlich auch das was ich in der zeit auch mitgekriegt habe also selber habe ich kaum gespielt aber so unter den kumpels waren diskussionen immer so die hardcore oder die pro gamer waren eh immer bei pass und dann fifa klar hat irgendwie jeder auch mal gespielt und war aufgrund der lizenzen halt so entscheidend und es war ja auch so pass ist ja auch von konami insofern auf japanischen markt hat es dann auch gar nicht so die große rolle glaube ich gespielt also ich meine japan hat ja auch einen großen markt und denke auch pass hat sich ja in der hinsicht dort vor allem auch sehr sehr gut verkauft und da die nase vorn gehabt allerdings hatte pass ja auch im letzten von die wand war es vorletztes jahr dann doch einen ziemlichen absturz also es wollte ja auch ein bisschen das geschäftsmodell umstellen wahrscheinlich gerade auch auf druck der konkurrenz zu fifa sind sie dann auch ins free to play gegangen und leider ist das irgendwie komplett gefloppt meine ich oder wie habt ihr das mitbekommen ja doch also das ist auch mein stand zumal fifa ja dann auch mit den neueren konsolengenerationen also in den 2000er jahren mit der 360 und der playstation 3 angefangen hat auch mehr wert auf gameplay zu legen und genauso auch immer mehr modi erweitert hat zum beispiel ein bisschen am karriere modus verbessert hat oder ein bier pro modus eingeführt hat den man so glaube ich auch schon von pro evolution soccer kannte da kann man dann eben einen einzelnen spieler spielen und genau das da hat fifa dann noch mal viel aufgeholt in den 2000er jahren ähm und damit denke ich vermutlich pass auch so ein bisschen den schneit abgekauft ja so ein bisschen meine naive frage wie gut findet ihr denn die simulation in in fifa sondern generell wie gut können computerspiele echten fußball simulieren also steffen oder ihr seid ja beide auch fußball fans und und habt ja auch so ein also nick du hast erzählt hast auch früher sehr viel gekickt und ich denke steffen du warst jetzt auch da aktiv wie nah kommt das als computerspiel ran an das echte feeling naja also ich muss sagen nicht sehr ich finde es hat vor allem auch mit mit den zunehmenden jahren entfernt sich immer mehr vom echten fußball das zwar mehr also du merkst dass sie die ki besser wird dass die die mitspieler verhalten sich besser und du siehst dass da jetzt sowas wie eine grundsätzlich ja also eine passende bewegung auf dem platz irgendwie überhaupt da ist früher war das alles sehr rudimentär muss man sagen du hast immer dieselben pässe spielen können und die kamen an bei früheren spielen war es sogar so wenn du von gewissen positionen aus dem ball geschossen hast das war übrigens bei fifa noch kann ich noch daran erinnern beim wm spiel zur wm 2002 da hatten die auch super schüsse und sowas eingeführt und die dann so richtigen feuerschweif hinter sich her gezogen haben und noch so ein geiles geräusch von sich gaben und die konntest du immer von derselben stelle ausschießen und dann sind die bälle im tor gelandet ich habe fußball bis in die oberliga gespielt also das war damals noch die vierthöchste deutsche spielklasse also war nicht so ganz untalentiert aber auch ohne diese erfahrung auf dem feld muss ich sagen ich finde mit echtem fußball hat das relativ wenig zu tun es ist eher das kann ich sagen soll also es ist halt wirklich ein spiel ja und das ist natürlich besser und tiefer und komplizierter geworden du kannst mittlerweile wirklich in der taktik viel machen und auch sagen hey wenn mein gegner mit einem 451 spielt also heißt es quasi nur mit einem spieler mit einem stürmer vorne und mit fünf mittelfeldspielern und vier abwehrspielern dann hat der nominell natürlich nur einen angreifer da vorne in der spitze drin rumhängen dann brauche ich vielleicht auch nur drei verteidiger das war lange zeit so mittlerweile ist es sogar so bei fifa kannst deinen mittelfeldspielern auf der außenbahn dann anweisen offensiver oder defensiver zu spielen oder nur bei gewissen situationen nach vorne zu gehen und 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 aber man muss halt sagen nach wie vor geschwindigkeit ist in fifa das a und das o da wurde versucht viel daran zu basteln aber so richtig durchgesetzt hat sich da glaube ich kein ansatz wenn du schnelle spieler hast kommst du besser in abschlussposition wenn du super starke spieler hast die können zum teil unmenschliche dinge die ziehen dann aus 35 metern ab und schießen dir die dinger da ins netz da kann es ja gar nichts gegen machen das abwehrverhalten ist nach wie vor nicht sonderlich realistisch also es ist weit weit weg von dem was ein echtes fußballspiel ausmacht es ist auch generell viel viel schneller die ballphysik ist nicht wirklich so wie es ist und ich glaube auch so müsste man aber noch mal nachforschen dass die größenverhältnisse nicht wirklich stimmen also ich glaube in im echten leben ist der platz in relation zum spieler dann doch noch ein bisschen größer aber ich glaube dass es einfach ist halt schon sehr auf action getrennt weiß nicht ob ihr da auch mal das thema hat mit aufmerksamkeit spannen und sowas ja dass die auch generell ein bisschen nachlassen und ich glaube darauf geht es halt doch immer mehr es muss viel action sein du brauchst eigentlich alle 20 sekunden brauchst du auf der einen seite oder auf der anderen seite in schuss oder so damit die leute wirklich das gefühl haben da an einem guten spiel partizipieren zu können also sprichst du auf jeden fall was an natürlich das gameplay als computerspiel steht da auch im vordergrund ich denke auch dass er auch bei der entwicklung der ersten in den schwerpunkt drauf gelegt hat natürlich wollen sie die illusion sage ich mal einer simulation erwecken und auch ein punkt ich meine nick du hattest es erwähnt diese ganze stadion atmosphäre oder auch steffen das auch beschrieben in kamerfahrten und vor allem auch die kommentatoren das war auch glaube ich ein entscheidender punkt warum fifa da so mega durch die decke gegangen ist dass wir dann wirklich auch dieses fußball nicht auf dem platz feeling sondern eher dass ich schaue ein fußballspiel und kann dann auch noch spieler interaktiv dann bewegen dass das glaube ich so ein entscheidender punkt war warum fifa also insbesondere fifa als fußballspiel sich so durchgesetzt hat weil das andere steffen was du erwähnt hast auch diese superschüsse da musste ich an diese anime serie wie heißt es irgendwie kickers oder so den super kickers oder captain zu basa oder so ja das ist sehr interessanterweise eins der spiele die sich das aus den 90er aus den 80ern kommt und sich bis heute durchgehalten hat also 2020 gab es einen neuen teil und das hat man bei sonst keinem spiel titel außer eben fifa und jetzt e-football oder pro evolution soccer hat da keiner keinen spiel titel überlebt seit den 90er jahren wobei man ja sagen muss bei den captain zu basa spielen kam das ja nicht aufgrund der qualität der spiele sondern einfach um von der marke captain zu basa zu profitieren ja man muss ja sagen zu basa ist glaube ich der sport anime überhaupt da gibt es natürlich mittlerweile auch einige andere sachen richtung basketball und volleyball und was das alles aber captain zu basa das ist ja basiert ja tatsächlich auch ein bisschen auf auf der karriere von einem echten fußballer von echten japanischen fußballern ist gerade der name entfallen kinkase wird er glaube ich genannt der ist als erste japaner als ausgang nach brasilien hat er große erfolge gefeiert und aber die zu basa reihe kann natürlich in keiner hinsicht mit den anderen beiden spielen irgendwie mithalten also wenn du das kaufst dann eben weil du zu basa fan bist und nicht weil du fan der zu basa ja fußballspiele bist aber auch ein beispiel wie man mit der richtigen lizenz also in dem fall zwar jetzt nicht die fußball lizenzen sondern die anime lizenz dann doch auch erfolgreich sein kann und ja stimmt du hast ja auch gemeint volle baller so mila superstar kann ich mich auch noch erinnern sind so diese klassischen animes und da merkt man dass so die japaner da eine andere rangehensweise haben und was ja auch gemeint ich bin mir sicher das spiel was du vorher beschrieben hast ist ja auch ein japanisches wo du diesen karrieremodus hast dass du so von deinem superstar sage ich mal aufbauen kannst also es ist auch spannend dass es auch andere rangehensmöglichkeiten gibt an das thema und nicht nur quasi diese sportsimulation die ist ja wie gesagt also du hast es ja beschrieben es ist eigentlich gar nicht so nah dran aber es weckt den eindruck dass es eine sportsimulation oder zumindest halt gesagt so als würde man fußball schauen und dann interaktiv dabei sein und für mich ist jetzt auch noch die frage also gefühlt spielen ja auch alle jungs also unter jugendlichen insbesondere die jungs spielen ja auch fifa was meint ihr denn warum ist fifa auch bei jugendlichen so beliebt also da gibt es ja die jim und kim studien die wir auch immer wieder zitieren also die mediennutzung von jugendlichen aufgreifen und fifa ist da immer in den top spielen irgendwie dabei was bei jugendlichen gespielt wird ich glaube dass es einmal natürlich immer ein bisschen der druck der masse ist also fifa repräsentiert natürlich fußball in der gaming welt und fußball ist der sport der weltweit am meisten gespielt wird und verfolgt wird du hast dann einmal natürlich diesen druck auf dem schulhof ja das was alle kumpels zocken das zockst du dann auch du hast einmal die möglichkeit also jeder der selbst fußball gespielt hat weiß dass man als kleines kind die fußballspieler und mittlerweile auch spielerinnen man darf ja nicht die zuletzt ja auch sehr erfolgreiche wm der frauen vergessen als kleiner racker stehst du auf dem fußballplatz und denkst dir also bei uns ging es früher immer darum wer darf jürgen klinsmann sein wer darf redi bobic sein wer darf luther matthäus sein und dann dann versuchst du diese diese große idole von dir auf dem platz irgendwie ja du bist das und du kannst das leben und du bist jetzt erst da und das kannst du bei fifa natürlich noch viel besser du kannst dir deine lieblingsspieler in deine lieblingsmannschaft holen ja dann holst du dir halt irgendwie den top stürmerstar von manchester united zu zum karlsruhe sc wenn das jetzt der nick wäre ja du spielst halt irgendwie zwei drei jahre in karrieremodus und dann hast du dir auch in der champions league drin und dann holst du halt erling haaland zu fortuna düsseldorf oder weißt du was irgendwas was sonst nie 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 möglich wäre und dann wie gesagt hast du eben auch diesen druck das zocken alle das ist ja wie bei ich sag mal call of duty oder so das wird ja auch nicht gezockt weil das so unfassbar guter shooter ist sondern weil er so einfach zugänglich ist weil der mittlerweile weil ein riesiges marketing dahinter steckt weil es keine richtige alternative gibt und weil es halt deshalb alle zocken und deshalb holst du dir fifa schon als kind und das machen die ja sehr sehr clever mittlerweile wenn wir wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen über dieses ganze über die ganzen lootboxen und so da werden dann die kids schon angefixt und dann bleibst du natürlich dabei wenn du mit elf oder zwölf halt schon jeden nachmittag nach der schule was zockst da gibt es keine alternative dann zockst du es halt mit 18 immer noch und mit 25 oder mit 36 immer noch weil deine kumpels zocken es ja auch noch und ich glaube das ist das also das glaube ich wirklich so der der druck der masse dann bestimmt auch der mangel an alternativen äh und dadurch so eine gewisse monopolstellung dieses spiels und eben die repräsentation äh des sports der eben sehr beliebt ist und auch hier massendruck erzeugt wird ähm und dass es halt überall zugänglich ist auf jeder plattform also mein neffe der zockt auf der switch äh ich zock es auf dem pc andere zocken es auf der playstation ähm ja es hat viele gründe aber die marke ist halt mittlerweile so groß du kommst ja wenn du dich auch nur entfernt für fußball oder multiplierspiele interessierst dann kommst du ja nicht drumrum dir an du hast ja selbst gesagt fußball interessiert dich eigentlich in feuchten kehrecht und trotzdem hast du schon deine erfahrung auf dem sofa mit freunden gemacht äh die dich dann wahrscheinlich halt 11 0 abgezogen haben aber die hatten den spaß ihres lebens ja und du hast ja gedacht ja scheiße okay ich freue mich auf irgendein anderes spiel mario kart here it goes ja aber auch da der punkt ich meine ich weiß auch wie fußball funktioniert also das ist auch so ein punkt äh es sind an sich ein komplexes gameplay das kann auch wirklich hard to master sein also easy to learn hard to master aber zum beispiel die fußballregeln kann selbst ich als nicht fußballfan und kann direkt einsteigen also ich glaube auch das darf man nicht unterschätzen also jeder kann da ziemlich äh mit niedrigen hürden mitmachen und wenn man dann aber angefixt ist und äh gerade auch mit freunden zusammen dann sich so ein bisschen gegenseitig hochsteigert dann kann man trotzdem noch äh sein skills steigern also das macht definitiv glaube ich viel aus und ähm du hast am anfang noch äh das will ich nicht äh weglassen warum macht fifa so aggressiv das ist auch so das was ich bei uns in den workshops immer hab so okay wenn es um shoot und gewaltspiele geht etc dann rede ich auch dann nenne ich mal das beispiel weil ich wenn ich jetzt jugendliche frage welches spiel macht euch in anführungszeichen aggressiv also aggressiv ist wie gesagt vielleicht auch der falsche begriff sondern da geht es eher darum äh was ja triggert einen wo ist man am meisten sag ich mal involviert und da ist es halt fifa warum macht fifa so aggressiv also ich glaube dass es einerseits so ein bisschen die illusion von der kontrolle über das eigene team ist also ähm ich bin ja da schweb ja da über dem spiel und kann jeden einzelnen spieler oder jede einzelne spielerin anwählen ähm und andererseits funktioniert dann vieles doch eben nicht so wie ich das mir im kopf während dem spielen denke weil der ball dann hier und da nicht ankommt ähm oder meine mein kalkül nicht richtig ist ähm und gleichzeitig ist es eben äh ein spiel ähm das auch nicht perfekt ist und äh da im hintergrund laufen ja auch viele berechnungen also es gibt ja sowas wie die moral des teams inzwischen ähm die einen großen einfluss hat ich glaube wenn das dass diese diskrepanz zwischen einerseits kontrolliere ich ja hier alles und dann klappen die dinge doch nicht für den fall der fälle dass ich zum beispiel verliere dass das irgendwie ja äh dann junge männer irgendwie äh doch sehr aggressiv machen kann ja also um den richtigen begriff zu verwenden es geht nicht um aggression sondern es geht um frustration so sei es auch nur für einen kurzen moment dass du dann so frustriert bist weil grad irgendwas nicht geklappt hat wie du es dir vorgestellt hast und natürlich man sagst es so es kann natürlich sein dass das spiel mal nicht so will aber man weiß auch nie so ganz in der regel ist es auch der eigene skill der dann wo man merkt okay jetzt habe ich das timing doch nicht ganz getroffen und wenn da noch ein bisschen vielleicht der zufallsfaktor beim schuss oder so noch dazu kommt ob der jetzt trifft oder nicht äh wird es spannend und was man in dem fall auch nicht unterschätzen darf einfach dieses kompetitive also wenn ich gegen ein anderes team insbesondere auch gegen andere spiel und dieses frustration ist auch teil dieses spielerlebnisses dafür ist auch die freude umso größer wenn man dann doch gewinnt also wenn man dann schafft ein spiel doch noch umzudrehen also steffen ich glaube das ist auch generell was ja den fußball auch generell ausmacht weil es fallen müssen ja nicht viele tore fallen aber wenn dann das entscheidende tor fällt dann ist die freude oder bei der anderen mannschaft dann halt der frust schon enorm und das macht ja die emotionen bei dem ganzen aus oder ja klar also nick hat das ja eben gerade schon ganz gut gesagt mit der mit der illusion der kontrolle du hast bei den spielen natürlich immer auch ganz ganz großen zufallsfaktor mit dabei dann hast du natürlich die zeit die rechts oben abläuft und mit mit abnehmender zeit realisierst du natürlich dass deine optionen das spiel zu deinen gunsten zu wenden immer weniger werden du weißt aber natürlich auch wenn du gerade schon so eine gewisse euphorie in dir spürst weil du zum beispiel gegen völlig überlegene gegner das null null noch hält das unentschieden hältst in einem online spiel dann denkst du geil nur noch drei minuten ja also muss nicht mal online sein online ist es fast nicht so schlimm wie offline komme ich gleich noch zu ja und dann drückt er dir aber noch so ein ding dann haut er dir noch irgendwie aus 30 metern entfernung mit seinem gekauften ronaldo noch noch so ein ding in winkel und da möchtest du natürlich den controller am liebsten gegen die wand donnern weil du so frustriert bist du hast es ja fast geschafft ja und offline ist es noch viel schlimmer weil da gibt es seit vielen vielen jahren also ich glaube selbst fifa gibt ja die die mehr das ist so eine art rubberband effekt wie in rennspielen auch bei fifa gebe nämlich dass die der die ki der computer gegner cheatet und es kommt einem halt wirklich so vor es ist so ein subjektives ding dass man sich denkt das kann nicht sein dass ich den 85 minuten hier 2 0 abspeist und dann haut der mir jetzt in den letzten sieben minuten des spiels also mit nachspielzeit noch zwei dinge rein und zwar so tore wo du dir denkst das kann nicht sein warum warum bewegt sich mein verteidiger denn jetzt so du sollst doch den ball nicht dahin spielen ja und ja passiert dann halt sondern denkst du dir dieses verdammte spiel ja und das macht also aggressiv würde ich jetzt auch nicht sagen aber es ist ein spiel das definitiv ein sehr sehr hohes frustpotenzial birgt das natürlich auch ein sehr hohes glückspotenzial wird und das dahingehend aber glaube ich auch wirklich deutlich größere sag ich jetzt mal aggressionsmomente weil wie du gesagt das sind natürlich kurz hervorruft als zum beispiel ein ego shooter die diskussion hatten wir auch letztens wieder in der öffentlichkeit wo das so ein paar politik kräntnern irgendwie reingetragen worden ist dass videospiele gerade so shooter irgendwie gewalttätig machen würden was natürlich das wissen wir auch durch studien gott sei dank hane büchner schwachsinn ist ja ja also das ist ein thema für sich aber du hast es gut und kurz zusammengefasst nur kurz noch zur erklärung dieser rubberband effekt also gummiband effekt bei mario kart wird er zum beispiel ist es ein teil des spieldesigns dadurch kannst du auch mit kindern oder mit leuten die zum ersten mal spielen ja spielen und die sind dann auch nicht frustriert die werden einfach mitgezogen die kriegen dann die besseren items und können dann wieder mit im rennen sein es hat den effekt dass man dann am ende eben nicht so frustriert ist wenn man dann irgendwie komplett abgehängt ist also bei so richtig hardcore profi rennspielen ist es ja so du kannst ja dann komplett abgehängt sein und gar keine chance am schluss mehr haben und bei fifa natürlich umgekehrt kannst du ja diesen frust effekt führen wenn ich eigentlich geilen skill habe und man ich halte mich ja für den coolsten besten und dann plötzlich haut mir die ki in dem fall am ende noch irgendwelche tore rein ja kann ich gut verstehen dass dann so die illusion ist ja die muss ja gecheaten oder die muss ja irgendwie die ganze zeit hatte ich sie im griff und dabei kann es genauso gut sein dass ich am ende einfach selber die konzentration verloren habe und auch irgendwas gemacht habe aber das macht ja auch die spannung bei so einem kompetitiven spiel aus und du hast noch einen anderen punkt schon angesprochen auf den wir auch auf jeden fall noch jetzt tiefer eingehen werden und zwar hast du ja gemeint dieses seine idole verkörpern zu können also ich kenne das tatsächlich auch noch vom fußball also wie gesagt auch wenn ich wenig fußball gespielt habe ich habe genau diese szene die du beschrieben hast du bist auf dem bolzplatz und sagst hey ich bin hier predi bobic ich bin der und der und jeder nimmt so seine rollen und bei mir war es nicht kahn sondern köpke war da voll drin wenn ich dann im tor stand und natürlich ist es in der art auch naht rollenspiel dass ich dann sage okay ich kann diese figur verkörpern und ich habe die in dem team und fifa hat ja das auch erkannt und auch als geschäftsmodell enorm erfolgreich gemacht mit dem ultimate team modus dass ich mir tatsächlich mein eigenes team zusammenstellen kann mit spitzen spielern aus aller welt und ja maximal kurz erklären war wie dieser ultimate team modus funktioniert was es damit auf sich hat für die die es vielleicht noch nicht selber kennen ja also der ultimate team modus erinnert manchmal so ein bisschen an die panini kärtchen die viele vielleicht kennen die man sich keine ahnung im im laden kaufen konnte für den euro denn tatsächlich diese spieler die ich mir zusammenstellen kann für mein team sind als karten dargestellt mit einem gewissen wert also der kilian mbappé aus paris hat einen wert von 90 das ist ein sehr hoher wert zum beispiel also ich weiß nicht ob das wirklich sein wert ist aber genau und diese karten kann man auch in virtuellen packs kaufen die sehen dann auch so aus im fifa shop da gibt es eine eine ein eigenes abteil und die kann man sich dann eben da kaufen es gibt unterschiedliche packs also da gibt es das gold pack das silber pack das bronze pack aber es wird noch es gibt noch deutlich mehr irgendwelche special packs das die kann ich jetzt nicht alle nennen aber es ist da auf jeden fall sehr stark unterteilt genau diese packs kann ich mit den sogenannten fifa coins kaufen um das ist die in game währung die man sich auch erspielen kann oder eben mit den fifa points das sind ist die in game währung die ich mir auch mit echtem geld kaufen kann also hier ist eine echt geld verknüpfung da und diese packs kann ich mir dann eben damit kaufen und die haben einen unterschiedlichen wert also das normale gold pack das ist so ein bisschen das standard pack das kostet umgerechnet wenn man es jetzt mit echt geld kaufen würde 1 euro 42 aber es gibt auch viele promo packs zum beispiel für neujahr die können dann schon also ich glaube das teuerste pack das mir jetzt untergekommen ist war tatsächlich mal 30 euro teuer zugleich jedes pack hat eine gewisse wahrscheinlichkeit besondere spieler zu ziehen und ich weiß aber jetzt nicht wenn ich eins dieser packs kaufe was da drin ist also es gab zwar immer mal wieder versuche dass dann irgendwie vorher anzeigen zu lassen oder so aber stand jetzt kann ich mir die wahrscheinlichkeiten anzeigen lassen welche wahrscheinlichkeit ich jemanden spieler bekommen der wert von 85 plus hat genau das kann ich mir anzeigen lassen aber ich weiß es tatsächlich vorher nicht also ich kann hier kurz ergänzen auf der offiziellen ea seite steht halt dass ich beispielsweise von gold 75 plus spieler der ist wohl in jedem gold premium pack mit drin also 100 prozent mindest wahrscheinlichkeit bei 82 plus sind es schon nur noch 18 prozent bei 84 plus spielern sind wir bei 4,2 prozent also ist die wahrscheinlichkeit schon sehr gering und ich meine auch so diese sonder editionen von spielern und so die sind natürlich super unwahrscheinlich also das wird ja natürlich auch durch also es gibt ja influenza die dann das pushen und da groß abfallen wenn sie da jetzt so ein pack ziehen ich meine die haben auch mehr oder weniger unbegrenzte mittel um dann so packs zu kaufen und feiern das natürlich ab und das ist eine riesen werbung so ja es ist gar nicht so unwahrscheinlich und da sind wir natürlich bei einem ganz ganz heiklen punkt also sagst du ja auch schon diese echt geld verknüpfung fifa ist ja das haben wir jetzt noch gar nicht betont aber ist ein vollpreis spiel also jedes jahr erscheint ein neues fifa und das kostet steffen korrigiere mich wie viel ist genau 60 euro oder wie wie teuer ist ich meine dass das variiert ja wie alle games aber du hast eben diesen den standardisierten höchstpreis pro plattform also wenn die wenn du jetzt auf der ps5 standardmäßig 70 euro zahlt für ein neues game dann zahlst du für fifa anfangs 70 euro auf dem pc kommst du natürlich über auch über deine game passes oder sowas und auch auf der xbox daran aber im grunde genommen zahlst du jedes jahr zwischen also wenn du ein richtiger schnäppchenjäger bist 35 wenn du es von vollpreis zahlst bis zu 70 oder wenn du dir irgendwelche deluxe boxen noch mit äh diesen coins dabei und irgendwelchen spezialsachen holst dann zahlst du auch mal schnell irgendwie 85 oder 90 euro bam also das ist wirklich echt ein haufen geld also seit und das ist ich erinnere mich auch äh von ihnen gab es ja star wars battlefront 2 was rauskam und was auch als vollpreis spiel rauskam und auch versucht hat lootboxen einzuführen ganz kurz noch lootboxen also wir haben jetzt über diese packs geredet das sind nichts anderes als die berüchtigten lootboxen weil im endeffekt habe ich da einen zufallsfaktor drin ich weiß nicht was da drin ist ich habe die möglichkeit ist mit echt geld auch quasi zu kaufen und zu kriegen und insofern also man kann es karten packs oder sonst was nehmen aber es sind nichts anderes als diese lootboxen die es bei battlefront 2 auch gab und battlefront 2 da ist auch der vergleich ist es auch eine mega marke das war star wars und trotzdem hat es einen riesigen shitstorm gegeben der so groß war dass selbst ea einknicken musste und dann diese mechaniken rausnehmen und entschärfen musste und da ist jetzt echt die frage wie schafft es aus also auch wieder die frage an euch warum kommt fifa damit als spiel durch ein vollpreis spiel und dann noch die lootboxen obendrauf was meint ihr also ich denke vielleicht erzähle ich noch mal ganz schnell also das erste mal ultimate team gab es ja fifa in fifa 09 und seitdem hat ea dieses spielprinzip oder diesen spielmodus in ganz vielen anderen spielen auch implementiert und eben auch lootboxen die game mechanic lootboxen in ganz viele andere spiele implementiert es ist so ein bisschen dass deren geschäftsmodell und die verdienen im jahr 1,69 milliarden euro inzwischen damit man muss sich vorstellen dass ein großteil des umsatzes den ea macht nicht aus dem vollpreis von fifa zum beispiel kommt sondern von live services und darunter fällt eben auch fallen eben auch diese in-app käufe diese in-game käufe genau und ich denke die kommen eben damit durch wir haben die monopol stellung von bei fifa schon angesprochen einerseits weil sie natürlich das spiel sind dass man irgendwie kaufen muss und oder das irgendwie relevant ist und andererseits ist es auch so ein bisschen die community die das mitmacht genau also meine these so ein bisschen dass viele die fifa also ich meine im endeffekt spielen gamerinnen gamer auch fifa aber es gibt manche die spielen quasi nur fifa und keine anderen spiele also gerade bei jugendlichen ist mir aufgefallen die spielen vielleicht sonst nichts anderes und dass sie da deswegen auch nicht ganz so kritisch sind was dieses modell angeht also battlefront war auch noch was was sich halt wirklich sag ich meinen gamer gerichtet hat als die gruppe die auch andere spiele kennen und die sind da denen ist das glaube ich ziemlich aufgestoßen als dieses geschäftsmodell eingeführt wurde und fifa wieder kommt erstaunlich milde damit durch zumindest was die community angeht die schluckt das ganze steffen wie wie siehst du das also ich glaube du hast zwei dinge einmal was du eben genannt hast dass fifa oder generell sportspiele von vielen gespielt werden die halt ihren sport irgendwie gerne virtuell zocken wollen und dadurch nicht so richtig in dieser ganzen gaming landschaft drin sind dass loopboxen halt was sind oder generell käufliche zusatz inhalte die es noch gar nicht so lange gibt ja also ich glaube der erste käuflich zusatz inhalt der mir jetzt so historisch noch im kopf ist war die platten rüstung die pferderüstung in elder scrolls oblivion meine ich ja das ging damals das war ein riesen ding ich glaube die hatten euro 99 gekostet oder so ja die war schon echt teuer die war irgendwie glaube ich bei vier euro irgendwas also dafür dass es nur ein item also ein ingame item war und riesen diskussion aber du hast natürlich eine abstumpfung umso mehr das machen die unternehmen probieren immer mehr aus und du hast dich ja selbst bei den bei den hardcore games schon ein bisschen daran gewöhnt dass es zusätzlich inhalte zum kaufen gibt kosmetische inhalte wird ja mittlerweile gesagt alles gar kein ding ja kann man machen kann man lassen und dann hast du aber eben das ding dass die die masse an menschen die fifa spielt keine hardcore gamer sind die sind also schon von vornherein dran gewöhnt die gehen da rein ultimate team ok da kann ich noch mal zahlen alles klar lasse ich oder mache ich halt ich kenne menschen die holen sich jedes jahr fifa und holen sich für 300 euro noch die ultimate point oder wie die dinge heißen also mit echt geld und das ist den ihr die zocken das ganze jahr fifa und geben dafür jedes jahr 400 euro aus einmal hast du das und dann hast du halt auch noch wenn du jetzt battlefront als beispiel nimmst das hatte ja früher keine loot boxen und dann hast du auch mit star wars so eine sehr konservative fangruppe also es sind ja alles so alte männer wie wir zwei jetzt ja schließlich nick mal aus aber für wen ist ein darth wader wirklich noch ein noch eine ikone ja das sind halt so typen wie wir und aufwärts ja weil die die kids die finden dann schon irgendwie wieder kairo renn oder so cool für die ist wahrscheinlich loot box auch kein großer stress aber wir denken uns halt herr gott sagt ja ich habe jetzt dafür 60 euro bezahlt oder 50 euro und jetzt soll ich dazu irgendwie noch irgendeinen anderen käs kaufen was soll denn das ja und ich glaube man muss man muss diese spiele wirklich ein bisschen voneinander separieren was was auch den zugang dazu angeht dass auch die altersstruktur du hast natürlich bei uns wenn wir dann noch zusätzlich was kaufen sollen ich denke mir dann auch immer als ich zog kiefer auch ohne echt geld einsatz ich denke immer das ist mir nicht wert wir haben jetzt völlig wurscht ob ich jetzt ein papier im team habe hauptsache ich zog und ich verbessere mich so ein bisschen und ich habe dann meine erfolgserlebnisse wenn ich halt gegen so ein team verlier was irgendwie lauter so gibt es ja auch mittlerweile so ikonen also du spielst damit irgendwelchen klassischen spielern zum beispiel luther matthäus habe ich jetzt vorhin genannt dann hast du den mit einer unfassbaren bewertung in in deiner mannschaft drin bei ultimate team wenn ich dagegen sowas verliert ist es mir auch egal aber du hast natürlich auch viele 12 13 14 jährige die halt ihr taschengelder investieren und für die ist das halt also für die ist das halt ihr hobby und und den geht es halt vor allem darum eben ihre ikonen im team zu haben und dann zahlen die halt auch für so messi kohle und dann wünschen die sich von ihren eltern zu weihnachten halt karten um sich messi kaufen zu können also ja und da haben wir eben diese zwei aspekte angesprochen zum einen gibt es schon eine community die da auch mitmacht und da auch ihren spaß dran findet und zum anderen gibt es auch immer wieder kritische stimmen aus der community so also die kann ea aber so ein bisschen getrost übergehen dadurch dass dieses spiel im zum beispiel im jahr 21 das meistverkaufte spiel in ganz deutschland gewesen ist also ea kann hat da eben auch die position zu sagen ja naja ist uns egal so ein bisschen genau sie sind so groß dass quasi ein bisschen kleiner aufschrei den gar nichts mehr aufmacht aber ein wichtiger punkt den du steffen gerade noch angesprochen hast bei den kinder und jugendlichen also da gehen bei mir natürlich so die alarmglocken an weil das genau das thema ist was uns auch in der computer spielschule immer wieder beschäftigt dass da sagst du ihr taschengeld also grundsätzlich wenn ich jetzt ein spiel gerne spiel wie du gesagt hast auch als wenn ich jetzt nur fifa im ganzen jahr spiele und dann ein bisschen mehr da rausgebe kann man sagen okay ist ja okay ich verbringe auch viel zeit mit dem spiel bei kindern ist natürlich das problem wenn sie es nicht einschätzen können manchmal ist es auch tatsächlich so blöd das klingt die kreditkarte der eltern die dann einfach in dem account irgendwie gekoppelt ist und ähnliches und dann plötzlich die eltern sich wundern warum sie eine riesen rechnung auf dem tisch haben und zum einen wie gesagt es kann sehr schnell ausarten und der hauptpunkt ist und da sind wir bei den ganz kritischen sache lootboxen also wir haben es noch nicht erwähnt aber die verbindung zum glücksspiel ist natürlich da auch gleich gegeben was unterscheidet lootboxen von glücksspiel es gibt da noch unterschiede das wurde auch von osk jetzt noch mal speziell für fifa so noch mal ein bisschen unterschieden aber zum beispiel in belgien wurden lootboxen oder spiele die solche mechaniken haben verboten und auch in niederländer ist da echt ein kampf und spiele wie diablo immortal was ja auch als free to play spiel mit extremen ja sag ich mal kritischen geschäftsmodell dahinter auf den markt gegangen ist das ist dort erst gar nicht erschienen fifa also nick du hast dich da auch ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen recherchiert wieder der aktuelle stand ist also niederlande also in belgien ist glaube ich nach wie vor jetzt verboten in belgien ist und eben die echt geld verknüpfung der fifa points nach wie vor verboten in den niederlanden stand seit 2020 stand diese echt geld verknüpfung unter strafe also ea musste eine halbe millionen zahlen pro woche die diese echt geld verknüpfung besteht und die e ging dann aber in berufung und hat im letzten jahr recht bekommen so dass diese zehn millionen euro strafe die ihnen dann gedroht hätten dass sie die nicht bezahlen mussten und seitdem versucht sich die niederlande versucht sich die niederlande aber an einem neuen glücksspiel gesetzt da sind auch schon wohl sechs parteien dafür und ja vermutlich um gegen ea und die um gegen die lootboxen vorzugehen also es war ein ganz juristischer vorgang und hat man gemerkt okay mit dem alten glücksspiel gesetz konnte ea quasi in berufung gehen und sich da noch gegen wehren aber die sind jetzt dahinter dran in deutschland finde ich auch ist eine sehr sehr für die unschöne entwicklung in den letzten jahren da wurde der glücksspiel auch online glücksspiel online casinos und so weiter alles legalisiert sportwetten sind auch ein thema da möchte ich gar nicht erst drauf ich weiß nicht steffen vielleicht wirst du dich dann einer folge mal intensiver damit auseinandersetzen passt ja eher dann auch zum fußball noch dazu aber in deutschland ist die entwicklung eher dass es sag ich mal ein bisschen liberalisiert wird das einzige im jugendschutz es gibt ein neues jugend medienschutzgesetz da soll das auch mit einspielen also gerade auch so faktoren also usk wir hatten ja die letzte folge bei uns im game based podcast ging so ein bisschen über die usk und da gibt es ja das bekannteste ist einfach diese alterseinstufen ab null ab sechs ab zwölf und so weiter und an der wird jetzt sich auch nicht viel ändern da wird in der ersten linie auch so die jugend gefährdung in form von ja beispielsweise gewalt aspekten in spielen mit einbezogen aber so themen wie jetzt glücksspielmechaniken oder auch bei fifa muss man auch sagen leider in der großen diskussion auch die offenen chats also neulich kam ja eine gute kollegin von mir auf mich zu und hat gemeint bohr weißt du schon dass fifa so das paradies für pädophile ist weil dort über offene chats kinder angesprochen werden von sag ich mal älteren männern also ich will das thema jetzt gar nicht zu groß aufhängen aber das ist auch ein problem was einige online spiele in der tat gerade haben und fifa weil es jetzt gerade auch von vielen kindern jugendlichen auch gespielt wird da auch sag ich mal unter diese problematik leidet ich weiß nicht steffen hast du da eine meinung dazu da hast du da ein bisschen was mitgekriegt also grundsätzlich sehe ich das ganze thema sehr sehr kritisch ich finde zahlbare inhalte vor allem mit so einem glücksfaktor dahinter sollten kindern und jugendlichen nicht zugänglich sein man kann es für mich auch nicht mit panini bildern oder so vergleichen weil du fängst jedes jahr wieder aufs neue an das heißt wenn ich mir diese saison ein brutales team erspiel oder erkaufe wenn jetzt die 24 rauskommt oder das wird ja nicht mehr rauskommen ja aber der nächste sports ableger mit ultimate team dann fange ich wieder von vorne an das heißt ich baller kohle in den wind habe dafür nur kurzzeitig gegenwert und ihr sports schaltet ja irgendwann die die server für diese spiele ab das heißt ich kann also nicht mein panini heftchen irgendwo rauskramen und mit mit dsd an da drüber hängen und wir gucken uns oliver kahn noch mal im bayern trikot an und sagen cool hast du die karte damals auch 40 mal doppelt gehabt sondern das ist dann halt einfach weg ich finde wie du auch vorhin gesagt hast als kind und jugendlicher hast du überhaupt gar keinen bezug dazu oft wie viel das wirklich wert ist also ich kann mich auch noch daran erinnern ich hatte vorhin schon mal über mein nintendo 64 gesprochen das war eben meine erste eigene konsole und da haben die spiele 120 140 d mark gekostet und das war schon also richtig 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 viel geld und bei mir war es aber so zu hause da gab es ein bisschen taschengeld und für den rest muss ich arbeiten jetzt ist das eine große investition das ding ist ich bin mir ziemlich sicher dass viele kids deutlich mehr geld jedes jahr in fifa investieren über diese mikrotransaktion du wirst ja ständig angefixt jetzt hast du die geile karte bekommen hier mach mal die aufgabe noch dann kriegst du noch fünf packs hat wieder nicht gereicht für den superstar naja du kannst ja aber übrigens auch diese coins kaufen und dann kannst du dir ganz easy hey koste nur zwei euro 99 kannst ja ganz easy mal drei packs oder fünf packs kaufen hat wird er nicht geklappt ja mensch oder es hat geklappt cool dann mache ich das direkt nochmal also für mich ist es wirklich so das ist glücksspiel du hast zwar chancen angegeben aber chancen also hast du auch im roulette und die kinder die steckst ja auch ins casino und sagst hier hast du 500 euro herr fand wir sehen uns in einem jahr wieder und überlässt sie da den casino betreiber und das andere mit den offenen chats was du jetzt angesprochen hast ich glaube das ist auch ein problem insofern ich weiß gar nicht ob es in fifa direkt einen offenen chat gibt aber du hast eben über solche games natürlich über die kommunikationsplattformen der konsolenanbieter relativ leichten zugang zu kindern und jugendlichen und selbst wenn es da nicht um sowas geht aber da wird natürlich auch ziemlich viel mist geredet und wie oft ich mich schon also ein anderes spiel was ich viel gespielt habe ist rocket league da habe ich den chat mittlerweile ausgestellt weil da wirst du halt von morgens bis abends nur beleidigt und das ist natürlich auch ein sehr sehr toxisches umfeld umfeld in dem toxische maskulinität krass gelebt wird und glorifiziert wird und da muss man sich dann natürlich auch fragen inwiefern habe ich als elternteil überhaupt noch ein einfluss darauf wie mein kind wie die entwicklung meines kindes ist weil selbst wenn ich mir anguckt ach das ist ein das ist ein fußballspiel das ist ja nett das kann er machen du weißt ja gar nicht was da über den chat kommt was dafür für ausdrücke gewalt fantasien etc pp an ein kind reingetragen werden was ist er verarbeiten muss wo man sich gar nicht sicher sein kann hat es überhaupt schon die reife dafür das wirklich zu verarbeiten wie gesagt das ist ja auch eine sache die im freundschaftskreis dann positiv bewertet wird also wenn du verlierst und du beschimpfst den gegenüber dann macht man sich darüber lustig hahaha ja der hat zwar 2 0 gewonnen aber dem hast du jetzt einen schönen ausdruck gedrückt oder schöne beleidigung gegen die mutter oder so und ich glaube dass das grundsätzlich sehr sehr negativen einfluss hat nicht finde dass firmen die das anbieten wir befinden uns nicht mehr in der zeit wo wir hier über fünf entwickler in der garage sprechen wir reden hier über die die größte unterhaltungsindustrie dies auf diesem planeten gibt reden hier über super unternehmen die milliarden an gewinn einfahren und da muss man die auch irgendwo in die verantwortung nehmen können und zu sagen ihr habt die pflicht kinder die das spielen zu schützen oder zu verhindern dass kinder das überhaupt spielen können so monolog beendet genau also da muss ich auch noch ein bisschen ergänzen also ich stimme dir in allen punkten erstmal vollkommen zu das ist ein super kritischer punkt allerdings will ich jetzt auch gerade eltern nicht irgendwie zu viel angst machen also oft wird fifa natürlich auch einfach mit freunden gespielt also wenn ich jetzt nicht online mit sag ich mal fremden spiele da ist es halt so oft so dass man dann einfach abstumpft also dass das irgendwann hört man das gar nicht es fällt gar nicht mehr auf wie krass der ton ist aber nichtsdestotrotz muss man das verurteilen aber wenn ich jetzt mit freunden zum einen an einem bildschirm also die typische couch spielen klar da fallen auch mal vielleicht ja seit emotionen und emotionale ausdrücke aber das hat man mehr unter kontrolle und auch mit klassenkameraden klar spielt man auch gemeinsam also wirklich auch hier der appell an die eltern so mal sich mit den kindern darüber unterhalten zu schauen mit wem spielen die eigentlich wenn die mit freunden spielen mit denen sie so oder so spielen ist das auch schon noch okay und den jetzt sage ich grundsätzlich zu verbieten fifa oder andere multiplayer spiele zu spielen wäre sicherlich auch der falsche weg aber man muss auf jeden fall thematisieren und man sollte schauen dass man da jetzt nicht in so ein toxisches umfeld gerät und in der tat also gerade wie gesagt offene chats und unsere geschichten sind ein großes problem und auch im neuen jugend medienschutzgesetz ist zwar geregelt dass man sich dem annehmen will aber in welcher form das genau passiert ist immer noch ein bisschen in der entwicklung also das wird wahrscheinlich jetzt nicht direkten einfluss auf die altersfreigabe haben also fifa kommt immer sehr unschuldig daher da ist in der regel ab null freigegeben ist ein sportspiel ist jetzt keine gewalt also keine ahnung keine probleme mit gewaltdarstellung etc aber dass solche faktoren wie eben zum einen die ingame käufe die loot boxen und zum anderen die offenen chats da ein großes problem sind die werden wahrscheinlich auch in zukunft nicht direkten einfluss auf die altersfreigabe haben aber sollen zumindest dann auch noch in irgendeiner form erwähnt werden und quasi auf der packung beziehungsweise in der regel holt man setzt auch in online stores da sein ob man jetzt darauf achtet ob sich eltern daran orientieren das wird sich jetzt erst in zukunft zeigen ob das irgendwas bringt aber ich gebe dir steffen da in der hinsicht vollkommen recht dass es eigentlich auch in der verantwortung der spiele publisher in dem fall liegt auch ihre community in der hinsicht ja da auch ein bisschen zu moderieren und auch zu schauen dass es da nicht so ausartet und dass dieser verantwortung sind sich leider also nicht nur bei fifa sondern ich meine league of legends ist auch berüchtigt dafür dass es eine sehr sehr toxische umfeld quasi hat auch wenn es einer der größten e sport titel sind und genau also wir könnten da jetzt noch enorm ausschweifen aber e sport ist auch so ein punkt den ich auf jeden fall noch anbringen wollte also es ist ja auch so dass fifa trotz seiner sage ich mal unfairen spielmechaniken oder unfairen sinne von dass man halt durch den ultimative modus keine gleichen voraussetzungen hat also das ist nämlich bei mir auch so wenn ich über e sport redet gehe ich immer davon aus beim e sport hast du immer gleiche voraussetzungen das ist auch bei anderen e sport titeln eigentlich so dass es zwar vielleicht skins gibt oder in et cetera die haben allerdings keinen spielerischen oder spielmechanischen einfluss auf das spiel bei fifa ist es anders was meint ihr dazu also fifa gerade auch im oder auch im e sport im professionellen e sport funktioniert durch dieses loot box system auf jeden fall wie ein pay to win game also pay to win das bedeutet im grunde dass diese loot boxen spiel beeinflussend sind also man dinge kaufen kann und dann bessere chancen hat auch zu gewinnen also auch professionelle teams oder sportler innen geben 2000 bis 3000 euro schätzungsweise ein ultimate team aus bis sie dann ihren tollen kader haben man kann zwar das kennt man dann unter dem stichwort road road to glory man kann zwar natürlich auch sich alles erst erspielen aber dann besteht ein sehr sehr großes risiko dass man bis zu den qualifikations veranstaltungen nicht rechtzeitig ein gutes team auf die beine gestellt hat also fifa auch im e sport hat häufig ein pay to win charakter also ziemlich krass wenn man sich das überlegt also ist für mich auch ein großes fragezeichen wie das noch als e sport durchgeht ist vielleicht auch ein grund man muss auch sagen fifa ist bei den e sport titeln nicht der größte und beliebteste also da sind wir eher bei eben league of legends oder counter strike oder auch overwatch sind dann eher titel die im e sport noch eine größere rolle spielen als fifa aber nichtsdestotrotz wird fifa und vor allem auch dann wenn man wiederum mit dem deutschen sportbund et cetera redet ja auch in den letzten jahren immer wieder sich mit der thematik auseinandersetzen mussten ist e sport sport ist oft die argumentation ja wegen gewalt und so können schließen wir dann spiele wie league of legends oder auch gerade als shooter und so per se aus das kann doch kein sport sein weil da die gewalterstellung so groß ist aber fifa oder sportsimulationen die sind dann wiederum okay der faktor pay to win also das wurde nie diskutiert also ich war da auch bei einigen sitzungen auch dabei hier in stuttgart und durfte da so ein bisschen ja mitreden und ein bisschen auch input geben und mich hat es echt gewundert dass ja wie gesagt dieser gewaltfaktor wird extrem diskutiert oder man muss ja sagen es geht ja um die gewaltdarstellung auch ein bisschen die fantasy darstellung die dann oder fantasie elemente die noch mit reinnehmen das ist ein riesen problem für den sport aber dass das spiel an sich durch den ultimate team modus eigentlich unfair wird im e sport das ganz ehrlich das wurde nie angesprochen also jetzt speziell beim vfb hatte ich vor anderthalb jahren gespräch mit dem aktuellen präsidenten klaus vogt der vfb hatte damals seine e sport abteilung geschlossen und sie ist auch damals dass es auf absehbare zeit nicht wieder eingeführt werden würde weil es sich in den sportarten im e sport also in denen in den games im e sport die sich rentieren würden das würde nicht zur vereinsphilosophie passen also man hat fifa spielen lassen und das wurde auch ein bisschen beworben hat man hat auch sehr sehr gute spieler dann geholt und das hat sie aber wohl einfach nicht gerechnet aber die virtuelle bundesliga als nicht so viel preisgeld ausgibt und 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 die anderen sachen also lol oder counter strike oder so das wollte man eben nicht spielen lassen weil das zu gewalttätig sei mittlerweile der vorstandsvorsitzende alex werle da hat dann noch mal ein bisschen gas gegeben jetzt gibt es für die sport beim vfb bislang glaube ich auch wieder nur fifa aber es gibt es nicht nur fifa als in der virtuellen bundesliga es gibt mittlerweile auch jemanden der fifa trading betreibt also es gibt kanäle auf twitch von streamern streamerinnen die beschäftigen sich nur damit wie kriegst du die besten karten wie handelst du am besten mit diesen karten ja und das ist auch völlig krass weil das diesen ganzen markt auch verschiebt also sie versuchen auch eben diesen markt so gut es geht selbst zu manipulieren ist eher wie so ein börsenspiel was die dann da haben aber grundsätzlich denke ich ist es natürlich wenn du wenn du eine sache jeden tag betreibst oder mehrmals in der woche betreibst um besser zu werden ist es ein sport oder kann es als sport bezeichnet werden dass man sich da so ein bisschen die gewalt irgendwie als als unterscheidungskriterium oder ausscheidungskriterium sieht finde ich ein bisschen dämlich weil die kleinen kinder vorn fernseher setzen wenn wenn sich zwei erwachsene männer mit 120 kilo gegenseitig auf die nase boxen das geht dann schon aber oder herr der ringe das guckt man dann gerne oder harry potter oder so aber wehe 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 man kriegt da irgendeinen helden mit einer rüstung durch die gegend und lässt ihnen irgendwelche irgendwelche schleimigen übergroßen regenwürmer den chaos machen oder sowas ja also ich glaube für viele ist einfach dieses ganze thema e-sport suspekt das merke ich auch wenn ich mit menschen meinem umfeld spreche dass da lauter jugendliche hocken und jubeln wenn irgendwelche anderen oft bisschen unsportlich aussehen da sitzen und und gegenseitig wild auf der tastatur rumhecken viele erwachsene checken das halt nicht und dann ist es halt erst mal auch verkehrt fußball hingegen das checkt man das ist okay weil ich habe auch schon den beckenbauer gesehen also ist das okay das ist ein guter dude das darf mein junge dann gucken und ich glaube da ist irgendwie so ein bisschen diskrepanz wenn du jetzt gerade sagst hier in irgendwelchen gremien oder so wir sitzen da da sitzt ja keiner mit 30 da sitzt auch keiner mit 20 da sitzen leute mit mit 50 60 plus und die verstehen es halt einfach nicht und ich glaube dass sich das in den nächsten jahren und jahrzehnten deutlich normalisieren wird und dass wir auch die diskussion da auf ein ganz anderes auf eine ganz andere ebene heben nämlich genau darauf was ist wirklich sport was ist zu befürworten womit müssen wir uns eigentlich auseinandersetzen ist ist gewalt ein thema ist nacktheit ein thema ist sind ist harte sprache ein thema diskriminierende sprache glücksspielfaktoren etc pp und ich wünsche mir eigentlich dass die diskussion da sachlicher wird und nicht nur da kann ich ein typ steuern der aussieht wie die luzifer und ein glitzernde schwertennahe hält dann ist es schlecht aber wenn ich christiano ronaldo der jetzt auch keine wirklich sympathische figur eigentlich ist wenn man sich seine seine rechtsstreit und so anguckt ja wenn man den steuert dann ist das okay ein punkt den ich noch anbringen wollte genau das ist das trading das hatten wir jetzt nur kurz erwähnt nick auch da ist ein bisschen recherchiert kannst du ein bisschen erzählen was da dahinter steckt weil wir haben ja zum einen okay wir haben diese panini booster packs die man halt zieht aber dass man jetzt diese spiele auch kaufen verkaufen kann das hatten wir bisher noch nicht angesprochen kannst uns das müssen erklären und leitern also es gibt noch einen eigenen bereich der transfermarkt heißt in ultimate team dort können die spieler innen ihre kärtchen verkaufen also einzelne karten können da verkauft werden zu einem gewissen marktwert also es gibt ja dann zum beispiel von dem von antonio rüdiger so und so viele ausgaben und der kostet dann im schnitt dann so 160.000 coins und da kann man sich also viele karten auch einzeln kaufen und deswegen oder es gibt eben wir hatten es vorhin schon mal angesprochen steffen da hast du es schon mal kurz erklärt dann eben die strategie des tradings das bedeutet einfach dass man dadurch geschicktes verkaufskalkül möglichst viele fifa coins einnimmt um dann eben auch auf die echt geld verknüpfung verzichten zu können häufig genau und da gibt es zum beispiel eine strategie die heißt snipen oder auch flipping da versuchen die spieler innen karten auf diesem transfermarkt ganz schnell zu kaufen wenn es die mal unter dem üblichen wert gibt und dann auch relativ schnell wieder dann zum üblichen wert zu verkaufen genau und dafür müssen sie eben relativ schnell vorgehen schon krass also wir haben auf der einen seite so ein bisschen glücksspielvergleich mit den lootboxen und jetzt sind wir auch schon beim trading so diesem aktien spekulativen bereich also dass auch das quasi diese mechaniken dann bei fifa mit einzug für hunde also das hat mich auch echt umgehauen als ich es gelesen habe echt echt krass genau und was ich auch jetzt noch hier als stichpunkt auf meiner liste habe ist die firmen geschichte das nur ganz kurz vielleicht noch als zwei drei sätze dazu weil ea hat ja gar nicht als dieser große also ich meine keine spiele firma fängt als riesen firma an sondern meistens sind das ganz kleine firmen aber electronic arts also der name sagt es ja schon war eigentlich damals als sie gegründet wurden hat sich daraus ausgezeichnet dass sie eher kunstbezug hatten und irgendwie künstlerisch arbeiten wollten ich glaube diese bewegung gab es in den 80ern schon auch bei anderen firmen aber trip hawkings der gründer von electronic arts hat das so ein bisschen in abgrenzung zu den gängigen spieleherstellern wie atari gemacht und hat eben diese etwas avantgardistisch anmutende position stark gemacht dass man jetzt doch auch die entwickler innen als autor innen mehr in den fokus nehmen sollte genau und später sind dann aber auch schon madden und nhl große titel geworden die also american football simulation und die eishockey simulation aus den usa und sind dann auch so ein bisschen ein vehikel geworden damit haben die viel geld eingenommen und den sprung nach europa hat ea dann eben mit fifa gemacht da haben damals das niederländische team von ea hat damals versucht in den usa ea dazu zu bewegen also die chefs dazu zu bewegen eine fußball simulation in anlehnung an madden oder nhl zu kreieren und schnell ging es eben auch darum eine realistische fußball simulation zu machen und da war es bei einigen entwicklern wohl tatsächlich so dass ihre erste amtshandlung darin bestand nach genf zu fifa zu fliegen und lizenzverträge klar zu machen sage ich mal und genau so kam ea dann nach europa heute ist es einer der größten spielehersteller und spielepublisher und fifa ist macht einen großteil der des gesamtumsatzes aus ja und vor allem auch dieser ultimate team modus ich glaube das war es irgendwie fast ein drittel der einnahmen laufen von ea also nicht nur von fifa sondern von ea laufen über diese ingame käufe vom ultimate team modus aber auf jeden fall spannende geschichte und man merkt auch also wie gesagt dass da madden und die anderen sportarten da eigentlich schon den vorreiter waren auch wenn jetzt für uns fifa mit abstand das präsenteste ist aber wer sich dafür mehr interessiert auch im stay forever podcast haben sie eine tolle folge zur nhl und erläutern da auch die geschichte noch ein bisschen tiefer das können wir jetzt alleine auch schon zeitlich nicht mehr machen wir sind jetzt auch schon ganz gut im gespräch und ich glaube wir haben tatsächlich alle themen die wir uns ein bisschen vorgenommen haben auch jetzt so ja vielleicht jetzt nicht ganz umfassend aber zumindest ganz gut behandelt und mich würde jetzt so ein bisschen noch so ein persönliches fazit interessieren nachdem wir uns ziemlich lange unterhalten haben was und auch ein bisschen also steffen du hast es ja gemeint du kaufst du trotzdem jedes jahr ein neues fifa ich werde es wahrscheinlich nach wie vor nicht tun aber was wünschst du dir denn jetzt in zukunft oder was macht für dich ein gutes fußballspiel aus und was wünschst du dir in zukunft von fußballspielen egal ob es ein fifa ist oder ja vielleicht wer weiß kommt ja auch überraschenderweise irgendein anderes fußballspiel mal auf den markt und schafft was neues was wäre denn für dich was wären denn so wichtige faktoren was müsste ein gutes fußballspiel erfüllen also schön wäre es natürlich wenn man ein bisschen mehr kontrolle über das geschehen auf platz hat oder dass das dass es alles ein bisschen nachvollziehbarer wird und dass es eben nicht nur auf schnelligkeit der spieler spielerinnen dann beruht ob man erfolgreich ist aber grundsätzlich muss man sagen dass das fifa 23 das war wahrscheinlich das spielerisch beste fifa aller zeiten wird ja auch der letzte fifa als vorerst mal sein weil ihr sports quasi jetzt die fifa lizenz dann nicht mehr hat ab kommenden jahr fifa will dann eigenes also der fifa verband will dann eigenes spiel rausbringen und ihr sports bringt dann ich glaube es heißt irgendwie ea sports club football oder irgendwie sowas oder ea sports fc oder so wollen sie dann rausbringen was ich mir noch wünschen würde wäre tatsächlich mal wieder ein gescheiter karrieremodus als spieler also gerade dieses ding von von international superstar soccer 2000 ich lege das auch euch beiden und natürlich allen hörer in noch mal ganz ganz nahe wenn man da interessiert ist an an historie und was damals schon so an idee in dieser damals schon irgendwie ein bisschen verstaubten genre unterwegs war schaut euch das noch mal notfalls über einen emulator oder so an es ist super spannend so ein story getriebenes ding in so einem sportspiel zu haben das fände ich geil ja und und zwar nicht also es gab es ja auch in den letzten jahren immer mal wieder so versuche so karrieremodi mit story einzubauern wo man dann aber furchtbar unsympathische protagonisten meistens hatte die so diesen ganzen fußball swag da irgendwie mitgenommen haben ist natürlich wahrscheinlich heute für die idealisierung irgendwie wichtig aber ich will halt keinen verwöhnten bling bling typen spielen sondern habe da echt bock weiß nicht da von null auf hundert mit meinem eigens kreierten profi irgendwie durchzustarten und in meiner lieblingsmannschaft mich übers training oder so mit der zeit dann an die erste mannschaft dran zu kämpfen und dann den vfp irgendwann mal wieder in zukunft und glorie zu verhelfen das wäre ein großer wunsch von mir ansonsten spielerisch wird sich da nicht so viel tun da ist aber auch gut mir reicht das jedes jahr mittlerweile eher dann über den game pass mir das dann zu holen mir ist es wirklich wichtig auch wenn das ein bisschen traurig ist aber halt dass ich immer die aktuellen kader habe und das ist der grund warum man sich holt ich glaube einen anderen grund gibt es da nicht sondern wirklich man möchte mit dem aktuellen kader seiner mannschaft so geht es mir zumindest erfolge feiern die im wahren leben nun mal leider weit weit weg sind das ist ja auch so ein punkt ist glaube ich auch bei der switch version nick hatten wir es ja im vorgespräch davon dass da eigentlich nur die karte aktualisiert werden auch die engine etc aufgrund der switch hardware die dahinter steckt überhaupt nicht da ist und es trotzdem jedes mal glaube ich 40 euro kostet ja 40 euro ja also das ist schon schon krass ich kann es auf jeden fall voll nachvollziehen also kurz noch als ergänzung also ich habe es aber schon richtig verstanden ea verliert zwar die lizenz von fifa aber trotzdem die teams und die spieler lizenzen bleiben erhalten die bleiben erhalten also auch weiterhin wird in ea sports fifa man dann mit sehr vielen teams spielen und mit vielen realen teams spielen können und da wären wir vielleicht auch schon so bei meinem persönlichen fazit ähm ich glaube ich wünsche mir zweierlei einmal dass es auch mehr und spielmodi wieder gibt die ein bisschen das gemeinsame spielen auf der couch auch schön machen also da kann man zwar heute auch schon viel machen aber ich wünsche mir da noch noch mehr input also dass ich nicht immer so alleine vor dem rechner sitzen muss sondern es auch schöne spielmodi gibt ähm die man dann zu zweit zum beispiel auf der couch spielen kann und äh andererseits ähm da kommen wir wieder zu den äh lizenzen würde ich mir noch also ich würde mir äh noch mehr teams wünschen die äh ähm dargestellt und repräsentiert werden ähm genau es ist äh diese lizenzen da hat fifa ja auch nicht alle aber äh eben die äh europäischen lizenzen und mir ist es tatsächlich gar nicht so wichtig jetzt unbedingt jedes spiel mit paris saint germain zu bestreiten aber vielleicht auch so ein bisschen die globale spielkultur ein bisschen besser kennen zu lernen und ähm ja das würde ich mir auch wünschen für einen neuen teil ja also ich finde es auch spannend zum beispiel auch frauenfußball da noch stärker in vordergrund zu rücken was ja auch jetzt tatsächlich in europa zumindest jetzt im letzten jahr nochmal einen ganz großen äh push erfahren hat ähm auch street soccer glaube ich also auch gab es auch mal einen modus dass man auch auf der straße spielen konnte also das wäre was was ich persönlich als also mir ich kann mit den ganzen vereinen lizenzen sowas eh nicht viel anfangen aber ich fände sowohl was steffen gemeint hat äh super spannend mehr storytelling im im spiel zu haben also auch wenn das manchmal sehr unbeholfene experimente sind wäre das was was mich vielleicht sogar reinziehen würde und äh ich muss dann gesagt habe leider früher weder fifa noch ähnliches viel gespielt aber für mich waren auch so speedball zwei hatte ich erwähnt also das hat mir schon mega spaß gemacht also ich habe auch nichts dagegen wenn man dann so ein bisschen abgedreht und fiktive elemente mit drin hat aber das ist alles geschmackssache und vielleicht auch da das appell der appell einfach mehr fifa mehr fifa mehr vielfalt eben nicht nur fifa sondern mehr vielfalt dass vielleicht auch andere äh ja serien oder marken sich dann etablieren neben fifa und ähm klar das wird nach wie vor glaube ich dominant bleiben aber ähm das ist auch abseits also ich meine wir haben bei uns in der computerspielschule zum beispiel alpaca ball entdeckt was mega lustig ist also der name sagt schon man spielt mit alpakas äh der art fußball und äh auch sowas macht spaß genau also in dem sinne ähm ja danke ich euch ähm steffen ich glaube das war für so eine erste gemeinsame folge war richtig richtig gut ähm hat mich mega gefreut dass es endlich geklappt hat nachdem wir so lang äh das mal so in angriff genommen haben ja vielen lieben dank für die einladung ähm beziehungsweise für diese kooperation hat mich auch mega gefreut war super interessant ähm dementsprechend äh verabschiede ich mich jetzt einfach mal ähm einmal von euren hörer in ähm freue mich wenn wenn da der oder die ein oder andere gerne mal in die brudelei reinhört ähm und äh an meine hörer in natürlich dementsprechend äh falls äh da videospielinteresse da ist auf jeden fall mal in den gamebase podcast reinhören äh und ja da hatte ich letztens auch erst die folge mit gunnar lotz einem meiner idole äh gehört äh war natürlich ein großes fest und ja freue mich schon auf die veröffentlichung und freue mich auch vielleicht mal zukünftig wieder eine folge miteinander ähm genau und äh sag insofern mal vielen dank auch danke nick nochmal also du hast da glaube ich äh was du die recherche angeht mit abstand am meisten äh zeit und arbeit investiert und deswegen äh vielen dank dass du da dich so toll eingebracht hast äh sehr sehr gerne und äh auch vielen dank äh an euch beide es war ein sehr schönes gespräch und hat mir viel spaß gemacht also in dem sinne macht's gut und bis bald ciao ciao äh äh Untertitelung des ZDF, 2020